Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Stellen Sie sich vor, Sie erben oder Ihre Lebensversicherung wird fällig oder Sie haben Ihr Leben lang geschuftet und verkaufen nun Ihr Unternehmen. In jedem dieser Fälle landet wahrscheinlich ein ganz hübsches Sümmchen auf Ihrem Konto und es sollte dann möglichst sicher und renditestark investiert werden. Entweder als Einmalbetrag oder in mehreren Tranchen über einen gewissen Zeitraum verteilt. Die Vor- und Nachteile wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Was ist denn aus deiner Sicht die aller, 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 allererste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man eine größere Summe sinnvoll an der Börse anlegen möchte? Also als erstes sollte man sich fragen, was man mit der Anlage überhaupt erreichen will und über welchen Zeitraum. Man muss sich also erstmal über die Anlageziele klar werden. Geht es zum Beispiel um die Altersversorge oder um einen Hauskauf oder geht es nur darum, einfach so viel Vermögen aufzubauen wie möglich, ohne dass damit ein konkretes Ziel verbunden ist? Und gleich am Anfang ist es auch wichtig zu entscheiden, ob du auf eigene Faust anlegen oder ob du beraten werden willst oder lieber eine Vermögensverwaltung nutzen möchtest, die mit dir die Anlagestrategie festlegt, aber dann alles weitere für dich übernimmt. Im ersten Fall brauchst du eine gute und günstige Online-Bank und im zweiten eine Bank, die wirklich unabhängig von irgendwelchen Produktanbietern berät. Welche Anlagemöglichkeiten, denn das ist ja das, worauf es wirklich ankommt, bieten sich denn grundsätzlich zum Beispiel für 100.000 Euro an, Karl? Sind beispielsweise Aktien oder Aktien-ETFs hier erste Wahl? Ja, nicht nur beispielsweise, Andreas. Weshalb Geld wirklich langfristig anlegen kann, ist mit Aktien immer am besten bedient. Denn damit investierst du in die renditestärkste Anlageform überhaupt, weil du dich damit im Grunde an das Wachstum des Unternehmensektors und der Weltwirtschaft andockst, mit all den damit verbundenen Innovationen. Und wenn du das mit einem breit diversifizierten Aktiendepot machst, dann ist der langfristige Aufwärtstrend deiner Anlage im Prinzip vorprogrammiert. Dann lässt sich auch die Rendite ziemlich gut kalkulieren, denn letztlich geht es mit der Weltwirtschaft doch immer wieder nach oben, auch wenn es zwischendurch mal unterbrochen wird. Im langfristigen Schnitt kannst du von einer gut strukturierten Aktienanlage 7 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr erwarten. Und was die ETFs anbelangt, das sind einfach die perfekten Anlageinstrumente, um eine solche Aktienstrategie konkret umzusetzen. Erstens, weil sie günstig sind. Und zweitens, weil man mit ihnen aufgrund ihrer Konstruktion Risiken am besten streuen kann. Und eine möglichst breite Risikostreuung ist extrem wichtig. Ich musste am Anfang schmunzeln, hast du gemerkt, weil nicht nur beispielsweise Aktien hast du da gesagt. Klar, war mir eigentlich auch wirklich klar. Aber trotzdem, Karl, es gibt ja wirklich vorsichtige Investoren. Was könnten die jetzt mit 100.000 Euro machen? Und zwar nämlich wirklich diejenigen, die sich nicht so recht an Aktien rantrauen. Wenn jemand gar keine Aktien will, dann sollte er in Anleihen investieren. Und das am besten ebenfalls mit ETF. Denn eine möglichst breite Steuerung ist auch bei Anleihen wichtig, vor allem bei Unternehmensanleihen. Anleihen-ETFs sind übrigens auch für Leute geeignet, die zwar in Aktien investieren wollen, aber eben nicht nur. Und das ist in der Praxis ja die Regel. Die wenigsten wollen 100% Aktien, sondern lediglich eine bestimmte Quote, sodass sie auch die Risiken noch tragen können. Und dafür sind Anleihen der perfekte Risikoregulator und Stabilisator. Wie hoch die Aktienquote dann konkret ist, hängt davon ab, wie viel Risiko und Kursschwankungen man letztlich verträgt. Sprich, wie hoch die sogenannte Risikotragfähigkeit ist. Also, wie viel Verlust lässt mich noch ruhig schlafen. Und da gibt es von Anleger zu Anlegerin erhebliche Unterschiede. Aber auch der Anlagehorizont spielt dabei eine wichtige Rolle. An den muss die Aktienquote ebenfalls angepasst werden. Je länger ich Zeit habe, desto höher die Aktienquote. Okay, so weiß ich jetzt also schon mal, was ich je nach eigener Risikoneigung kaufen könnte. Die zweite Frage lautet dann, wann und wie sollte ich kaufen, Karl? Sollte das Geld gleich komplett in einem Rutsch investiert werden oder lieber gestaffelt über einen längeren Zeitraum? Naja, so einfach ist es mit dem Was auch nicht, Andreas. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile über 2000 zugelassene ETFs. Und dabei gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede. Allein der Ratschlag, ETF zu kaufen, hilft also erstmal nicht weiter, so richtig er auch ist. Denn man sollte auf keinen Fall irgendwelche ETFs kaufen, weil man denkt, dass das in jedem Fall ein gutes Produkt ist. Auch da muss man schon genau hinschauen. Einmal wegen der Kosten, aber auch, um im Depot eine vernünftige Streuung zu erreichen. Darum sollte man auch nicht nur in ein oder zwei ETFs, sondern in ein vernünftig strukturiertes ETF-Portfolio investieren. Denk mal an unsere Podcasts, die wir dazu schon gemacht haben. Okay, das war jetzt dann doch nochmal die Was-Frage. So einfach ist es nicht. Gut, dass wir das auch nochmal nachgelagert ausführlicher erläutert haben. Aber eigentlich wollte ich ja auf das Wie hinaus. Das heißt, ob man auf einen Schwung oder in mehreren Tranchen anlegen sollte. Was ist besser, Karl? Rein rational gibt es tatsächlich keinen Grund, nicht alles sofort zu investieren, auch wenn das erstmal unglaublich klingt. Aber einen größeren Betrag auf einen Schlag zu investieren, da haben die meisten eine psychologische Sperre. Aus Angst, dabei den falschen Zeitpunkt zu erwischen. Darum empfehle ich, eine größere Investitionssumme auf drei bis vier Tranchen zu verteilen und den Einstieg zu strecken, aber maximal auf sechs Monate. Das empfehle ich aber nur als Hilfestellung, um die besagte psychologische Hemmung aufzuheben. Einen rationalen Grund dafür gibt es nicht. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass man nicht versuchen sollte, den jeweils besten Einstiegszeitpunkt abzupassen. Stattdessen sollte man sich feste Termine setzen, zu denen dann auch konsequent investiert wird, egal wie hoch oder niedrig die Kurse gerade stehen. Anderenfalls passiert nämlich folgendes. Wenn die Kurse tatsächlich gefallen sind und womöglich sogar stärker als erwartet, dann haben die meisten Angst, dass es noch weiter fällt und verschieben den Einstieg. Der Einstieg wird aber oft auch verschoben, wenn die Kurse gestiegen sind. Denn dann hat man Angst, sich zu teuer einzukaufen. Mit einem Wort, wenn man versucht, den besten Einstiegszeitpunkt abzuwarten, kann es passieren, dass man letztlich nie investiert. Denn eines zeigen wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder. Den besten Einstiegszeitpunkt abpassen zu können, kannst du vergessen. Den erwischt man ohnehin so gut wie nie oder wenn, dann höchstens mal zufällig. Gibt es denn dazu eigentlich auch ein paar spannende Zahlen und Fakten aus der Börsenhistorie, die untermauern, dass eben tatsächlich der sofortige Einstieg besser ist als ein gestaffelter Einstieg? Ja, dazu gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Ich denke dabei an eine Studie, in der untersucht wurde, wie sich einmal Investitionen gegenüber einer Anlage in mehreren Branchen geschlagen haben. Dabei wurden alle zehn Jahreszeiträume des MSCI World Index über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg untersucht, von 1970 bis 2019. Das Ergebnis war, wer seinen Einstieg über sechs Monate streckte, hat im Schnitt der jeweiligen zehn Jahre nahezu die gleiche Rendite erzielt, wie bei einem Komplettinvestment zu Beginn. Wenn man den Einstieg aber länger streckte, dann ging die Rendite deutlich nach unten, bei drei Jahren immerhin einem Prozentpunkt pro Jahr weniger und das kann insgesamt schon tausende Euro ausmachen. Es bringt also nichts, das Ganze auf mehrere Tranchen aufzuteilen. Es schadet aber auch nicht, wenn man sich nicht länger als sechs Monate Zeit lässt. Das ist übrigens der Grund, warum ich mit dem Aufteilen einer Investition in mehrere Tranchen kein Problem habe, wenn man dabei nicht länger als sechs Monate wartet. Länger sollte der Einstiegszeitraum aber nicht sein. Denn je länger der Zeitraum ist, auf dem man sein Investment verteilt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer schlechteren Rendite wegkommt. Und wenn man sich das genau überlegt, ist das auch logisch. Denn letztlich steigen die Kurse immer wieder und man ist, wenn man den Einstieg zu lange aufschiebt, einfach nicht investiert und lässt dadurch Rendite liegen. Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du so ein bisschen so leichtes, ungläubiges Kopfschütteln sehen, Karl. Ist es also wirklich egal, ob ich bei Rekordständen an der Börse einsteige oder eben zu einem anderen x-beliebigen Zeitpunkt? Naja, Andreas, rückwirkend macht das natürlich schon einen Unterschied. Aber in die Zukunft gerichtet kann man das eben nicht kalkulieren. Auch dazu gibt es übrigens ein interessantes Ergebnis aus der Studie. Nachdem er seine jeweiligen Höchststände erreicht hatte, stand der MSCI-Index nach einem Jahr in rund zwei Drittel aller Fälle höher. Nach zehn Jahren sogar in rund 90 Prozent der Fälle. Also ob man bei Rekordständen eingestiegen ist oder zu einem beliebigen Zeitpunkt, macht für die Rendite also keinen systematischen Unterschied. Dass die Weltbörsen auf Rekordniveau also riskanter wären als sonst, lässt sich nicht feststellen. Der Kopf wackelt immer noch bei mir. Ich schüttel immer den Kopf gerade. Wirklich dein Ernst? Du empfiehlst sogar bei Höchstständen wie aktuell den Einstieg? Ja, so ist es, Andreas. Denn sämtliche Studien dazu zeigen eindeutig, dass die Angst vor Höchstständen völlig unbegründet ist. Natürlich kann es passieren, dass wenn du heute einsteigst, dann die Kurse morgen unter Umständen auch heftig fallen. Aber das kann immer passieren und ist auch immer wieder passiert und nicht nur bei Höchstständen. Der entscheidende Punkt ist, wie schon angesprochen, ob du das einigermaßen sicher kalkulieren kannst. Und da ist die Antwort leider negativ. Übrigens sind Höchstkurse keine Ausnahme, sondern bei insgesamt steigenden Kursen sogar die Regel. Dazu haben wir mal in einer eigenen Analyse den amerikanischen S&P 500 Index auf Allzeithochs untersucht. Dabei kam raus, dass es seit 1970 knapp 1000 neue Allzeithochs gegeben hat. Im Durchschnitt also rund 17 pro Jahr. Natürlich waren diese Hochs im Zeitverlauf nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, es gab auch längere Phasen ohne neues Allzeithoch. Denk nur mal an die 2000er Jahre mit den Platzen der Tech-Blase zur Jahrtausendwende und der Weltwirtschaftskrise 2008. Aber trotzdem zeigt allein die Anzahl der Topkurse, dass Höchstkurse keine Ausnahmeerscheinungen sind, sondern immer wieder auftreten. Und die Renditen, die nach diesen Höchstständen erzielt wurden, waren auch nach unserer eigenen Untersuchung nicht geringer als das, was man als Langfristinvestor von einem Aktieninvestment vernünftigerweise erwarten kann. Nämlich im Schnitt der fünf Jahre nach dem jeweiligen Höchstkurs so um die 9% pro Jahr. Auch nach einem Höchststand geht es also in der Regel nicht nach unten, wovor uns die Crash-Propheten immer Angst machen wollen, sondern du hörst genau nach oben. Und um das mal zusammenzufassen, kann ich das Zwischenfazit zu ziehen. Wer einen größeren Beitrag investiert, der hat zwei Möglichkeiten. Einzahlung etwas strecken, maximal sechs Monate, so habe ich dich verstanden, oder eben gleich direkte Investitionen. Und letzteres scheint der bessere Weg zu sein, wenn man jetzt die Zahlen zusammenfasst, die du uns gerade präsentiert hast. Aber ich kann mich erinnern, dass du dich schon in einigen unserer Podcasts noch recht stark für Sparpläne geäußert hast, hast dich richtig stark gemacht dafür, hast auch gesagt, komm Leute, macht Sparpläne. Das ist doch nichts anderes als eine gestreckte Anlage. Also wer soll denn jetzt nun in einen ETF-Sparplan investieren und für wen ist eine ETF einmal Anlage besser geeignet? Aber Andreas, das ist jetzt ja nicht vergleichbar. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Situationen. Einmal haben wir jemanden, der einen größeren Betrag investieren will und dann jemanden, der erst ein Vermögen aufbauen will. Und für den oder die gibt es nichts Besseres als einen regelmäßigen ETF-Sparplan. Aber das hat doch nichts mit der Frage zu tun, ob ich einen größeren Betrag auf einmal investieren oder zeitlich strecken soll. Übrigens ist ein Sparplan natürlich nicht nur für Sparanfänger geeignet. Der ist auch für Anlegerinnen und Anleger sinnvoll, die sich bereits ein Vermögen aufgebaut haben, das aber noch weiter wachsen soll. Zum Beispiel für die eigene Altersvorsorge oder weil Eltern etwas für ihre Kinder sparen möchten. Oder warum auch immer. Für einen ETF-Sparplan gibt es nämlich tausend gute Gründe. Also beides geht, je nach Lebenssituation, das anzupassen. Warum denn auch nicht? Und beim Sparplan, um bei dem auch noch mal kurz zu bleiben, Karl ist häufig von den Vorteilen des sogenannten Cost-Average-Effekts die Rede. Was hat es damit auf sich? Diesen Effekt gibt es tatsächlich und er wirkt vor allem bei regelmäßigen Zuzahlungen, also insbesondere bei Sparplänen. Das Lebenselixier des Cost-Average-Effekts ist, dass die Kurse schwanken und letztlich immer wieder nach oben gehen. Denn dann kaufst du mit deinen regelmäßigen Sparbeträgen deine ETF-Anteile manchmal zu hohen und manchmal zu niedrigen Kursen ein. Letztlich insgesamt also zu einem Durchschnittskurs. Darum heißt das Ganze ja auch Cost-Average-Effekt, sprich Durchschnittskosteneffekt. Dadurch haben sowohl steigende als auch fallende Kurse immer auch eine positive Seite. Wenn die Kurse hoch sind, kaufst du, weil ja immer ein fester Geldbetrag angelegt wird, prozentual eher weniger ETF-Anteile ein. Sind die Kurse dagegen unten entsprechend mehr? Durch diesen Automatismus handelt man also antizyklisch, ohne es bewusst zu wollen. Und das wirkt sich insgesamt positiv auf die Rendite aus. Nicht in allen denkbaren Kursszenalen, aber bei den meisten. Dass durch den Cost-Average-Effekt Anlegerinnen und Anleger dazu motiviert werden, auch bei schwachen Märkten diszipliniert investiert zu bleiben. Zumindest beobachten wir diesen Effekt bei unseren Kunden. Und das sind ja mittlerweile schon Zehntausende. Kann man eigentlich auch mehrere Sparpläne miteinander kombinieren, Karl? Wir haben jetzt schon mal über Themen-ETFs gesprochen, Anleihe-ETFs, Aktien-ETFs und so weiter und so fort. Und da stellt sich ja schon die Frage, im Sinne einer breiten Diversifikation, macht das Sinn, da eine Kombination herzustellen? Ja, zum Beispiel bei den Robo-Advisern kann man mittlerweile im Gegensatz zu den Neo-Brokern mit nur einem Sparplan in ein ganzes Portfolio unterschiedlicher ETFs investieren. Um also in eine bestimmte Strategie zu investieren, brauche ich heute nicht mehr wie früher gleich mehrere Sparpläne. Einer reicht völlig. Wo aber mehrere Sparpläne Sinn machen, ist, wenn du unterschiedliche Sparziele hast. Denn die lassen sich in der Regel nur mit unterschiedlichen Strategien erreichen. Wenn man zum Beispiel für seine Kinder spart, dann sollte man auf jeden Fall auf eine hohe Aktienquote setzen. Im Grunde kann man da sogar auf 100% Aktien gehen. Für das eigene Depot kann das aber viel zu hoch sein. Und schon hast du zwei Strategien, für die unterschiedliche Sparpläne sinnvoll sind. Aber dabei kombinierst du nicht, sondern sie stehen einfach nebeneinander. Wird es beispielsweise auch Sinn machen, einen Sparplan immer am ersten eines Monats und einen anderen am 15. eines Monats zu bedienen, um auch hier zeitlich ein wenig Streuung reinzubringen? Ja, das bringt eigentlich nichts, Andreas. Es gibt keinen Nachweis, dass einzelne Tage für die Wertentwicklung irgendeine Rolle spielen. Wenn, dann allenfalls ganz kurzfristig. Und die kurze Frist ist für Sparpläne ja ohnehin irrelevant. Es schadet zwar auch nicht, das so zu machen, wenn du genügend Geld hast, aber es ist sinnlos. Also du kannst es machen, wie du willst. Es schadet nicht, aber es ist sinnlos, ja. Dann sollte man es vielleicht auch begraben, diesen Gedanken, Karl. Wir haben auch zu diesem Thema einige Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt bekommen, die ich gern weitergeben möchte. Und Nummer eins ist, wie funktioniert eigentlich so ein ETF-Sparplan? Geh mal in die Werkstatt mit uns. Ein Sparplan ist im Grunde nichts anderes als eine Hilfestellung, seine Ersparnisbildung systematisch anzugehen. Allein schon, um Spardisziplin sicherzustellen, sollte jeder, der sparen möchte, einen solchen Plan in der Tasche haben. Dabei muss man nur drei Entscheidungen treffen. Wie viel wird gespart? In welchen Abständen? Monatlich oder alle zwei Monate? Und vor allem, in welche Anlagen sollten die Sparbeträge investiert werden? Über den letzten Punkt haben wir ja schon gesprochen. Aktien und Anleihe-ETF sind hier die erste Wahl. Oder noch besser, du nimmst gleich ein Strategiedepot bei den Robo-Advisern. Der Sparbetrag selbst sollte zwar möglichst hoch sein, aber auch nicht höher, als man es sich auch langfristig leisten kann. Und was die Regelmäßigkeit anbelangt, empfehle ich monatliche Zuzahlung, denn die meisten erhalten ihr Einkommen ja auch monatlich. Das Tolle am Sparplan ist seine Automatik, denn die sorgt nachweislich für Disziplin. Einmal eingerichtet, braucht man sich um nichts mehr kümmern. Und trotzdem kann jede der drei genannten Festlegungen jederzeit geändert werden. Dann kommen wir zu Hörerfrage Nummer zwei, Karl. Welcher ETF eignet sich denn am besten für eine Einmalanlage? Um mit seiner Anlage ein wirklich gutes Rendite-Risiko-Verhältnis zu erreichen, reicht ein einzelner ETF nicht aus. Stattdessen braucht man eine Kombination von mehreren ETS. Ich weiß, das sehen manche anders. Oft wird zum Beispiel ein ETF auf den MSCI-Weltaktienindex als Lösung genannt. Aber da habe ich schon Bedenken, auch wenn da schon eine erheblich bessere Anlage ist, als so gut wie all die aktiven Fonds, die von den Banken normalerweise empfohlen werden. Denn wenn du dir diesen Index einmal genauer anschaust, dann siehst du, dass er erhebliche Unwuchten hat. 70% USA, keine Schwellenländer, keine kleinen Nebenwerte, zu hoher Technologieanteil. In der Gesamtheit führt das dazu, dass der Index nicht wirklich sauber gestreut und dadurch deutlich mehr Risiken in sich hat, als für ein internationales Aktienportfolio nötig. Darum rate ich zu einer gezielten Kombination mehrerer ETFs. Und wie gesagt, eine solche Kombination kann man auch im Rahmen eines einzelnen Sparplans umsetzen oder wie gesagt auch bei einem Robo-Advisor. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann man bei einem ETF-Sparplan auch mal zusätzlich einzahlen? Ja klar, Andreas. Ein großer Vorteil eines Sparplans ist ja seine Flexibilität. Zusätzliche Einzahlungen sind also jederzeit möglich. Aber auch Auszahlungen und die Aussetzung der Sparrattenzahlung oder Änderungen in der Anlagestrategie. Und wie schon gesagt, alles kann jederzeit geändert werden. Aber Disziplin ist natürlich am besten, wenn man es lässt. Genau, ich bin hier gerade das Wort gefragt, nur nicht aufhören mit dem Ansparen. Das meinst du ja mit der Disziplin auch, dass man wirklich nicht aufhört und im Zweifel sogar in Crash-Phasen weiter fleißig einzahlt. Und wenn ich das alles zusammenfasse, kann ich eigentlich nur zu dem einen Schluss kommen, Karl. Die Frage einsteigen, drinnenbleiben oder aussteigen muss nie wiedergestellt werden, richtig? Naja, einsteigen musst du schon irgendwann und am liebsten sofort. Und da gilt die Regel, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Ist immer jetzt, ja, kennen wir schon. Aber es ist natürlich wichtig, es immer wieder zu betonen. Das ist absolut richtig klar, ja. Also diese ganze Grübelei, ob man besser drin bleibt, aussteigt, wenn die Märkte mal etwas unruhiger sind, die kann man sich sparen. Letztlich ist es für die Wertentwicklung immer besser, konsequent investiert zu bleiben. Und damit sind wir beim Thema Disziplin. Ich wiederhole mich. Disziplin ist der Erfolgsfaktor Nummer eins, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Und ein Sparplan ist genau die Anlageform, die einem dabei hilft, in allen Marktphasen diszipliniert investiert zu bleiben. Aussteigen dagegen sollte man nur dann, wenn man sein Vermögen braucht. Warum auch immer. Niemals, aber aufgrund irgendwelcher vermeintlich ungünstiger Marktkonstellationen oder gar aufgrund des Ratschlags eines selbsternannten Börsenpropheten. Also einsteigen und drinbleiben, das gilt übrigens auch für diesen Podcast. Einsteigen, am besten bei Folge 1, selbst wenn Sie heute erst eingestiegen sind. Sie können natürlich auch rückwärts schauen und viele, viele Themen aus der Vergangenheit nochmal nachhören. Da sind viele zeitlose Themen dabei, auch meine Damen, meine Herren, wo Sie sich viel Börsenwissen aneignen können, wie beispielsweise auch heute beim Thema Einmalanlage versus Sparplan. Herzlichen Dank fürs Lauschen, sage ich an dieser Stelle bei diesem Podcast, der immer alle zwei Wochen erscheint, den Sie gern abonnieren können, um eben, wie schon angesprochen, keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen. Wir klären die, wie auch in diesem Podcast, unter podcast.querinprivatbank.de. Wer nachlesen möchte, kann das gerne tun unter www.querinprivatbank.de. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen oben da lassen würden. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017